Bei mir ist Werner Spinner, der Präsident des 1. FC Köln, der es sich auch nicht hat nehmen lassen, hier zum Abschiedsspiel von Timo West zu kommen. Herr Spinner, Timo West, ein, zwei Worte über diese Karriere. Timo West hat eine bewohnheitswerte Karriere gemacht. Er ist spielerisch wie charakterlich ein Vorbild. Das ist wichtig für die Jugendlichen, aber es ist auch wichtig für den ganzen Verein. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, dass er aufhört, ist aber schade. Wir vermissen ihn. Wir sind Präsident des 1. FC Köln, der sportlich im Vergleich zum Beispiel mit Timo West nicht ganz so rosig dasteht. Wünscht man sich da manchmal so einen Spieler wie Timo West in die Reihen des 1. FC Köln? Ja, ich glaube, wir haben mit der neuen Mannschaft genau das. Wir haben charakterlich einwandfreie Spiele. Wir haben ein Team, das zusammenwächst. Aber wir können ja noch mal fragen, ob Timo West vielleicht ein bisschen bei uns mitspielt. Zeit hätte er jetzt, ja. Genau, Zeit hätte er. Herr Spinner, vielen Dank. Bitte schön. Hey, ein Mann! uelloles! Schön? Komm?